Hallo und herzlich willkommen bei naturenform. Heute stelle ich Ihnen unsere neue Diele, die exklusive, vor. Eine völlig neue Oberflächenprägung verleiht der Diele eine Optik, die begeistert. Puristisch und clean. Die besondere Breite von fast 17 cm und sehr schmale Fuge wirken auf allen Flächen sehr elegant. Es gibt sie in drei neuen Grautönen, Lava, Basalt und Dolomitgrau. Die exklusive mit ihrer geprägten und sehr matten Oberfläche produzieren wir in drei, vier, fünf und sechs Metern Länge. Selbstverständlich können Sie bei naturenform auch Sonderlängen bis 13 Meter bestellen. Hier noch einige wichtige Hinweise zur Montage. Zur Befestigung der Terrassen- und Balkonbelags werden ausschließlich die Edelstahlklammern verwendet. Für ein gleichmäßiges Fugenbild verwenden Sie bitte unbedingt die 5 mm Verlegehilfe, die bei jeder Lieferung beigelegt ist. Wie alle Produkte von naturenform ist auch die exklusive aus unserem bewährten Holzverbundwerkstoff hergestellt. Sie ist besonders interessant für moderne Objekte und wird Bauherren und Architekten gleichermaßen begeistern. naturenform. Wir machen Lieblingsplätze.